In der Partnerschaft mit der Türkei geht es um Partnerschaft, es geht nicht um Abhängigkeit von der Türkei. Questo accordo non può essere un baratto o un mercanteggiamento sulla pelle dei rifugiati. Our enemies are not the refugees who are fleeing from war, conflict and persecution. Our enemies are the people traffickers. You know what we are doing in fact? We are not changing Dublin now. No, we have put Turkey inside the Dublin system. That is what we have decided. Instead of changing the Dublin system, definitely and make a fair share between the member states in the European Union. Faillite morale. Faillite morale, lorsque, au lieu de le sanctionner, on déroule le tapis rouge à un régime qui soumet la justice et la police à la vindicte d'un seul homme, qui muselle et emprisonne toute presse libre, qui disqualifie toute opposition démocratique et qui, pour gagner une élection, relance la guerre civile et bombarde ses propres populations. We are in the midst of the biggest refugee and migration crisis since the end of the Second World War. So it's so claro que nous he promotes таких hotspots que nous utilisons la grande compassion la friction qu'oncribing nous Ephrification de mujeres et parrain par la crise. der Unimaginable. Es ist nicht so viele Menschen, die in der Welt sind, wie sie jetzt sind. Aber es ist nicht so viele europäische Länder, die bereit sind und bereit sind. Stefan Löfven, take the initiative and build a good coalition with the other countries. Die soziale Situation in Europa braucht dringend ein AAA an sozialem Rating. Wir haben die Situation, dass die Armut in Europa grösenordnungen erreicht, ein Förteliger Höfstlösen, ein Förteliger Höfstlösen. Wir haben die Situation, dass die Armut in Europa, grösenordnungen erreicht, ein Förteliger Höfstlösen, der europäischen Bevölkerung lebt an oder unter der OECD-Armutsgrenze. Wir müssen die Verteidiger Höfstlösen, die die Europäische Union steht für. Wir brauchen mehr Posting in Europa, nicht weniger. Der Prinzip für die Armut in der Beschäftigung der Arbeitskräfte ist sehr viel größer als die originalen Direktive, die es betreft an Geld. Das ist sicherlich zu haben einen starken Impact auf die kleineren Unternehmen. Un des objectifs principaux de ce nouveau programme est de lutter contre l'obésität infantile et d'améliorer la santé des enfants.